Frage 7 Welcher Fisch kann pupsen? A. Der Wildkarpfen B. Der Goldfisch C. Der Schlammpeizger D. Die Scholle Frage 8 Die Bachforelle A. Ist der schnellste Fisch im Bach B. Lebt im Salzwasser C. Braucht viel Sauerstoff D. Hat keine Schwimmblase Frage 9 Woher hat die Sardine ihren Namen? A. Von einer Samtgardine Weil sie sich so weich anfühlt B. Von der Insel Sardinien C. Von einer Saharadüne Weil ihre Schuppen wellig sind D. Von einer italienischen Fischerin Frage 10 Was ist eine Seewespe? A. Eine Wespe, die sich aufs Meer verirrt hat B. Eine hochgiftige Qualle C. Ein kleiner Fisch, der anstelle einer Schwanzflosse einen Stachel hat D. Eine Wespe, die nur auf Kreuzfahrtschiffen lebt Und jetzt wieder die Auflösungen Frage 6 Richtig ist A Fliegenfischen ist eine Angelmethode, bei der der Köder, im Allgemeinen Fliege genannt, sehr leicht ist und bei der man eine besondere Wurftechnik anwenden muss. Man braucht auch spezielles Angelgerät Frage 7 Richtig ist C Der Schlammpeizger kann pupsen Schlammpeizger schlucken Luft und geben diese bei Bedrohung über den Anus wieder ab Sie werden deshalb auch Furzgrundl oder Gewitterfurzer genannt Frage 8 Richtig ist C Die Bachforelle braucht viel Sauerstoff Wo sie schwimmt, ist das Wasser also sehr sauerstoffreich Frage 9 Richtig ist B Die Sardine hat ihren Namen von der italienischen Insel Sardinien Obwohl sie nicht nur im Mittelmeer vorkommt, sondern auch im Marmarer Meer und im Atlantik Frage 6